Heute zeige ich dir die Top Features für Adobe Premiere Pro 24. Da gibt es ein paar, die haben es wirklich in sich und wir starten direkt mit dem textbasierten Editing. Wir haben hier jetzt meine ganz normale Talking Head Sequenz und ich gehe hier oben auf Fenster, Arbeitsbereiche und dann textbasierte Bearbeitung. Als nächstes drücke ich hier oben auf Transkribieren und das dauert immer ein paar Sekunden. Wir haben hier ein zwölfminütiges Video ungefähr. Jetzt hat unsere Adobe Premiere nach ein paar Sekunden den kompletten Text gegeben oder beziehungsweise komplett den Text transkribiert, den ich gesagt habe. Was du jetzt siehst, ist, dass wenn ich hier auf eines der Wörter auch drücke, dann siehst du automatisch, wie er in der Timeline genau auch dorthin nach vorne scrollt. Und je mehr ich hier praktisch durchspringe, umso mehr kannst du sehen, dass das Ganze natürlich auch funktioniert. Ich drücke hier drauf und sehe dann, okay, er geht genau an diese Stelle hin, wo ich auch tatsächlich diese Worte sage. Und das ist extrem, extrem geil, aber jetzt wird es noch geiler, denn ich kann nun folgendes machen. Ich kann hier oben auf die Filteroption drücken und sehe jetzt markiert er praktisch einen Text und ich kann Füllwörter einstellen, wie zum Beispiel ähm oder ähnliches. Oder ich drücke jetzt mal hier auf Pausen. Und was jetzt passiert ist, dass man hier immer diese Punkte sieht. Und da sieht man auch, wie lange diese Pausen gehen. 0,3 Sekunden, 0,6 Sekunden, 9,4 Sekunden als Beispiel. Und ich kann diese Suchfunktion auch einstellen. Das heißt, ich gehe in die Sucheinstellungen und dann kann ich hier bei Transkriptansicht machen, was ist die minimale Pause. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich will alles, was praktisch eine Sekunde Pause ist ungefähr, ja, dass das eben raus soll. Oder alles, was länger beziehungsweise kürzer als 0,5 Sekunden geht, ja, oder eine Pause von 0,5 Sekunden ist, dass das mir eben auch angezeigt wird. Das heißt, ich drücke jetzt hier auf Speichern und ich klicke jetzt einfach diese Pausen rein und dann sehe ich, ah, okay, das ist natürlich länger als 0,5 Sekunden gewesen. Hier habe ich nicht wirklich irgendwas gesagt. Ich drücke jetzt mal hier drauf, ja, dann haben wir eine viel kleinere Pause. Und jetzt kommt das Killer Feature überhaupt. Ich drücke oben hier einfach auf Löschen und dann kann ich das Ganze extrahieren oder herausnehmen. Ich mache jetzt beide Optionen. Herausnehmen bedeutet, ich drücke auf Alles löschen und ihr seht, jetzt hat er überall bei den Pausen, die länger als 0,5 Sekunden gegangen sind, hat er es rausgenommen. Oder wenn ich das Ganze, Moment, nochmal auf Pausen gehe, löschen und dann auf Extrahieren gehe und dann auf Alles löschen drücke, dann macht er das gleich so, dass praktisch alles nochmal ineinander gestaucht wird und keine Lücken entstehen. Dieses Feature ist gerade für mich als Creator Gold wert, denn das ist das, was ich seit Jahren, beziehungsweise mein Editor, seit Jahren macht, wenn er ein Video von mir zurückgesendet bekommt, dass er erstmal von A bis Z diesen Rohschnitt macht, weil ich irgendwie Amps drin habe, Luftpausen mache oder sonstige Fehler. Denn ich wiederhole mich auch hier und da manchmal. Und da kann er dann das Ganze eben viel schneller bearbeiten mit zwei Klicks mittlerweile. Das spart wahrscheinlich alleine schon so 30% der Videobearbeitung, was für mich absolut genius ist. Das nächste, was wir haben ist, ich sehe ja hier links den Text. Ich suche das jetzt mal so. Und was wir jetzt hier haben zum Beispiel, ich sehe anhand des Textes, was ich hier sage, sage ich, das Einzige, was du davon hast, sind viele Klicks auf deine Webseite und ganz viele Likes auf deine Beiträge. Und dann sehe ich hier nochmal. Das Einzige, was du davon hast, das heißt, ich habe mich irgendwie versprochen, verhaspelt oder sonstiges und kann im Text schon sehen, okay, ich muss wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit genau diese Passage hier rausschneiden. Jetzt kann ich das hier markieren und kann theoretisch sagen, löschen, ripple und dann macht er das. Oder ich kann natürlich einfach wie immer in die Timeline gehen und das dann eben rauslöschen, löschen, ripple machen und habe praktisch diesen Text jetzt hier rausgenommen. Das ist das, was ich meine. Man kann das hier gleich sehen und merken, okay, das ist sowieso falsch gewesen. Also kann ich das hier wieder nehmen, löschen, ripple machen und perfekt eben abspielen. Und das ist extrem wichtig, weil wenn ich mich, keine Ahnung, viermal wiederholt habe in einem Satz, dann sieht der Editor ab jetzt, okay, ich kann die ersten drei komplett rauslassen, weil ich weiß, ab dem vierten wiederholt das richtig und ab da hat es dann gepasst. Deswegen, dieses Feature aus meiner Sicht absolut Gold wert, weil es wirklich extrem zeitsparend ist und man hier aus meiner Sicht von Adobe mal wirklich ein extrem sinnvolles Feature bekommen hat. Als nächstes Feature möchte ich dir Enhanced Speech zeigen und das ist aus meiner Sicht wieder ein absolut geniales Tool, was mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeitet. Und was es konkret macht, ist, wie der Name schon sagt, die Sprache von deinen Videos extrem zu verbessern. Das heißt, wenn es hallt, wenn es knistert, was auch immer, dieses Tool kann das alles lösen und das aus meiner Sicht auch tatsächlich extrem gut. Kurzes Beispiel, wir haben hier eine Sounddatei, die hört sich folgendermaßen an. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen. Wir hören zwei Sachen. Nummer eins ist Halt, weil wir in der Kirche sind. Das Mikrofon ist wie bei ihm recht nah zwar am Mund gewesen, ja, das war ein Lavalier-Mikrofon, aber durch die Bewegung oder ähnliches kann es mal dazu kommen, dass es ein bisschen knistert. Und den Hall können wir einfach sehr schwer in solchen Räumlichkeiten vermeiden. Wie hört sich das Ganze in Kamera an? Ja, das können wir uns natürlich auch anhören. Das hört sich noch schlimmer an. Auf Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. War auch kein Aufsteckmikrofon oder Kamera-interne Ton. Aber jetzt lasst uns das Ganze eben bearbeiten. Das heißt, was ich mache ist, ich gehe auf Fenster, Arbeitsbereich, gehe auf Audio. Und dann kann ich hier auf Dialog drücken. Ich kann es auch automatisch erkennen lassen, ja, zum Beispiel automatisch markieren. Dann sollte er eigentlich erkennen, ja, hat auch gemacht, dass es Dialog ist. Man hätte auch einfach hier drauf gehen können und direkt Dialog drücken können, ja. Und jetzt kommt Magic, denn ich mache zwei Klicks und that's it. Ich drücke auf einmal auf Verbessern. Das dauert immer ein bisschen, ja, das habe ich nämlich vorhin schon gemacht. Also hier Sprache verbessern, jetzt steht 0%. Jetzt dauert es ein bisschen, bis er das gelöst hat, aber es geht relativ schnell. Und jetzt hören wir uns mal beide Versionen jeweils an. Wir fangen mit der ersten Version an, mit dem Lavalier-Mikrofon. Und jetzt wirklich absolut krass. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen. Nochmals, wie hört sich das an ohne diese Verbesserung? Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Also das ist ein vehementer Unterschied. Und jetzt nochmal nachher. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue. Und jetzt können wir ja natürlich noch weiter das Ganze spielen. Denn wir haben hier einen Regler, die Mixmenge. Ich ziehe jetzt mal komplett hoch, was jetzt passiert. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue. Das hört sich mittlerweile an wie eine Podcast-Stimme. Als ob man es in einem Podcast-Raum gesprochen hätte. Kein Knistern mehr, kein Hall mehr, nichts. Und das finde ich schon extrem krass. Allerdings würde ich es nicht auf 10 ziehen, sondern wahrscheinlich schon bei 7 oder 8 irgendwie belassen. Einfach damit es ein bisschen realistisch ist, dass es auch ein bisschen Hall tut dem Ganzen gut. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Und das habe ich jetzt mit zwei Klicks gelöst. Das ist absolut unnormal. Jetzt nehmen wir mal die andere Sprachdatei und schauen uns da mal an, was Adobe gezaubert hat. So, wieder hier auf Stufe 7. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Natürlich ist es nicht der beste Ton, aber mittlerweile ist es brauchbar. Einfach nur im Vergleich, wie es sich vorher angehört hat. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Absolut unbrauchbar. Es heilt, es rauscht, ja. Und jetzt machen wir das Ganze natürlich wieder so, dass wir das auf 10 ziehen. Mal gucken, wie es sich jetzt anhört. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ein bisschen zu krass, aber ihr merkt, was ich meine. Man kann hier Tondateien retten, die vorher unrettungsfähig waren. Keine Ahnung, ob es das Wort gibt. Auf jeden Fall ist es aus meiner Sicht eines der geilsten Features. Und lasst uns das Ganze mal nochmal ein bisschen weiterspielen, ja. Denn bei der Braut war es so, ich hatte bei der Braut kein Mikrofon dran. Ich habe sie gefragt, sie wollte es nicht haben. Alles gut. Aber wie hört es sich denn da an? Ohne die Sprache verbessert erst mal. Alexander, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als mein Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen. So, und wir hören hier verschiedene Sachen, weil wie gesagt, das ist das Mikrofon vom Bräutigam. Es knistert, wir haben viel mehr Hall und man hört sogar seinen Herzschlag, wenn ihr genau hinhört. Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben. So, wir sind nervös, ja, alles gut. Aber wir machen das Ganze jetzt wieder. Wir verbessern die Sprache und hören uns es dann an. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Alexander, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als mein Mann. Natürlich müssen wir noch den Audio ein bisschen verstärken, ja, alles kein Thema. Aber vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als mein Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen. Und das sollte ich jetzt schon vehement bessern. Aber hier würde ich die Sprache ein bisschen verbessern, ja. Ich gehe mal auf 8,5. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als mein Mann. Ich verspreche dir die Treue. Und deswegen, aus meiner Sicht absolut genius, dass wir mittlerweile intern von Adobe Premiere Pro solche Sachen reinbekommen, sollte man unbedingt testen. Gerade bei Hochzeiten gibt es da oftmals Schwierigkeiten mit irgendwelchen Soundproblemen. Vielleicht vom DJ ausgelöst, von der Box, wo man sich angeschlossen hat. Oder es knistert, wie zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel. Alles keine Probleme mehr wirklich. Natürlich empfehle ich trotzdem, dass man es schon schafft, am Tag selbst richtig guten Ton aufzunehmen. Dann wird es noch geiler klingen, ja. Aber generell finde ich es geil, dass wir mittlerweile einfach sowas auch lösen können mit den Tools, die uns hier gegeben werden. All diese Features findest du aktuell in der neuen Adobe Premiere Pro 2024 Version in der Beta. Ja, das heißt, du musst die Adobe Beta runterladen. Dann hast du auch diese Sprache verbessern Feature. Und genau das war es auch schon mit den Features, die ich unbedingt zeigen wollte. Es gibt natürlich noch viele weitere Sachen, aber das waren für mich so die herausragendsten. Ja, und wenn du solche Videos natürlich auch bearbeitest, dann kann es gut sein, dass deine Auftragslage entweder schon gut ist oder noch besser gemacht werden kann. Und wenn du dabei Hilfe benötigst, sind wir der richtige Ansprechpartner. Trage ich dafür ein bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann können wir mal schauen, ob und inwiefern wir dich dabei unterstützen können. Ich freue mich auf dich.